Jyn, was auch immer ich mache, passiert nur zu deinem Schutz. Hast du das verstanden? Ich verstehe. Willst du hier raus? Unsere Rebellion ist die letzte Möglichkeit, das Imperium zurückzudringen. Du könntest uns dabei helfen. Wann hattest du das letzte Mal Kontakt zu deinem Vater? Was soll das? Wie es scheint, ist er maßgeblich an der Entwicklung einer Superwaffe beteiligt. Wenn mein Vater dieses Ding gebaut hat, müssen wir ihn finden. Alles klar. Wie viele brauchen wir dafür? Man verlangt nach unserem Codenamen. Es ist ein... Rogue. Rogue One. Die Macht, mit der wir es hier zu tun haben, ist unermesslich. Wenn das Imperium solche Macht besitzt, was für eine Chance haben wir dann? Wir haben Hoffnung. Rebellion entsteht aus Hoffnung. Sie haben keine Ahnung, dass wir kommen. Haltet fest an diesem Moment. Die Macht ist stark. Lasst zehn von uns wie hundert wirken. Wir ergreifen die nächste Gelegenheit. Und die danach. Ihr seid doch Rebellen, oder nicht? Rettet die Rebellion! Rettet den Traum! Rogue One. A Star Wars Story. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jack Sparrow, kennst du diesen Piraten? Nur dem Namen nach. Finde Sparrow für mich und überbringe meine Nachricht von Kapitän Salazar. Richte ihm aus. Der Tod wird ihn erholen. Würdest du ihm das sagen? Bitte. Willkommen in Rom. Ist der Anlass geschäftlich oder privat? Privat. Wie viele Knöpfe? Zwei. Und welcher Stil? Zweckmäßig. Mr. Wick, genießen Sie Ihre Party. Wie schön, Sie wieder bei uns zu sehen. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Willst du Krieg? Oder gibst du mir jetzt endlich eine Waffe? Egal wer kommt, ich werde ihn umbringen. Der Mann, der Mythos, die Legende. John Wick. Der Ruhestand ist wohl doch nichts für dich. Ich arbeite daran. Die Waffe. Der Ernst. Der Ruhestand ist wohl doch nichts für dich. Ich werde es nicht mehr verletzt, fühlen Sie ruhig. Musik Zwei Arten von Wesen im Universum, die, die tanzen und die, die das nicht tun. Alles klar. Ich bin Tänzer und Gamora nicht. Du solltest endlich eine Frau finden, die so armselig ist wie du. Danke, Kumpel. Soll ich dich drücken? Nein. Nein ist nicht nötig. Doch. Nein, ich sag dir doch nicht nötig. Mach ich doch gern. I'm high on believing. Ah. Ist das dafür, dass ich es vergeigt habe? Weißt du, ich glaube nicht, dass wir uns jemals verstehen werden. Jetzt musst du jeden Samstag da rein, um deinen Abschluss zu schaffen mit den ganzen anderen Verrückten und Kriminellen. Sieh eine an. Hier kommst du also jeden Samstag her, anstatt zum Training. Tragisch. Hey, das hier ist Sperrgebiet. Hey, Leute. Da ist irgendwas drin. Billy, was hast du da? Leute. Was ist das? Die Bullen. Jemand hätte uns vorwarnen können. Wartet. Hab ich. Lauft! Irgendetwas ist da oben passiert, okay? Ich hab mich verändert. Ich bin stark. Wie stark? Unglaublich stark. Oh nein, nein. Nein. Bäh, weiter. Ich hab das Gefühl, wir müssen wieder da hoch. Ich werd mit ihr da rüberspringen und dann wirst du nachkommen. Ein Kinderspiel. Dann los. Spring. Nein, 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 wartet mal. Jason! Das nennst du ein Kinderspiel? Ich hab schon früher Rangers getötet. Es passiert! Hey, Entschuldigung, Sir. Sie sitzen im falschen Wagen. Sie haben zwei Tage lang um einen Termin gebeten. Dann erzählen Sie mal. So ein Fall ist mir noch nie untergekommen. 23 Identitäten leben in Kevins Körper. Ist irgendetwas passiert? Blumen auf dem Kopfkissen, Blumen im Badezimmer. Als wären wir wichtig. Wer ist das? Vielleicht kann sie uns helfen. Wir sind hier! Hilf doch hier drin! Keine Sorge. Er weiß, wozu ihr hier seid. Er darf euch nicht anrühren. Er weiß das. Mein Name ist Hedwig. Ich hab rote Socken an. Wie alt bist du? Neun. Das menschliche Gehirn ist das komplexeste Objekt im Universum. Wir kommen hier nur raus, wenn uns eine von ihnen freilässt. Du cleveres Ding. Hedwig, kannst du uns helfen? Okay. Ich hab ein Fenster in meinem Zimmer. Magst du mir das mal zeigen? Das ist hier! Jetzt ist es zu, jetzt ist es auf. Dachtest du, das ist echt? Damit du abhauen kannst? Ein Individuum mit multiplen Persönlichkeiten, die seine Körperchemie verändern können. Durch ihre Gedanken. Jemand kommt dich holen. Was, wenn er das Potenzial seines Gehirns ausschöpft? Es gibt keine Grenze. Er könnte zu allem werden. Heute ist ein besonderer Abend. Und ihr werdet in Gesellschaft von etwas Größerem sein. Die Welt wird es nun verstehen. Die Bestie ist real. Er hat schlimme Sachen mit Leuten gemacht und er macht schlimme Sachen mit euch. Ich kann nicht mehr so gut, bevor alles angefangen. Ich kann nicht mehr so gut, bevor alles angefangen. Das war die Welt. Die Welt. Und das ist meine Geschichte. Die End. Die Geschichte. Ten Jahre in Raccoon City. Ein Wunder. Das war die Welt. Das war die Welt. Das war die Welt. Das war die Welt. Die Welt ist zu Ende. Die Frage ist, wird wir enden mit es? Alice! 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 Umbrenna entwickelt an Airborne Antivirus. Das würde die T-Virus zerstören. Ich habe keine Grunde zu glauben, ein Wort Sie sagen. True, aber ich kann Ihnen etwas, was Sie sehr möchten. Was ist das? Revenge. Wir können dann doch das. Ich muss nach der Hive gehen. Dann gehen wir zusammen. Was werden wir tun? Wir werden alle letzte von ihnen. Ich werde ein Gehirn. Das ist was ich. Ja! Wir haben eine lange Zeit, du und ich. Aber jetzt ist es vorbei. Drei! Ist das alles du hast? Sind Sie bereit, Mr. Lockhart? Dann lassen Sie uns beginnen. Sie sind bereit, Mr. Lockhart. 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 Sie ist bereit, Mr. Lockhart. Sie ist bereit, Mr. Lockhart. Sie sind bereit, Mr. Lockhart. Sie sind bereit, Mr. Lockhart. Du hast immer noch Zeit. Sie sind bereit, Mr. Lockhart. Sie ist 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 bereit, Mr. Lockhart.